Wer ist das? Young Blizzard, Alter. Wenn man dich heute sieht, Nullähnlichkeit. Ey, das heißt du? Doch, man sieht nicht. Ja, man sieht so grob die Partie. Das erkenne ich nicht, wirklich nicht. Was, echt? Das weißt du nicht, du. Da wiege ich auch noch vielleicht 60 Kilo oder so. Da wiege ich so 40 Kilo. Das ist halt... 40 nicht, aber 50 vielleicht. Aber wo war das gewesen, Jarosch? War das Caronte? Das war Caronte, ja. Das war Game Game. Ja, das sieht man. Oh, du musstest zwei Stühle... Ja, klar. Zwei Stühle, sehr großer Muster. Oh, neben dir erkennt man jetzt schon das... Ja, Christian. Ja, mit dem. Immer mit Adidas. Rudi immer. Aber ich hätte dich da wirklich nicht erkannt. Echt? Nee. Krass, okay. Ich schon. Auf der linken Seite spielt Fai. Wisst ihr, wie Fai spielt? Boah, du hast wenig Platz dann wahrscheinlich. So, ja, und der liegt so ganz der Form. Ich weiß nicht ganz genau, da kamen... Gegen den habe ich noch gespielt. Da kamen so die Leute aus Navi, so AdWord und so kamen, die haben denen aufgenommen, Videos aufgenommen, weil die konnten nicht glauben, wie er spielt, ja. Das war das erste Mal, dass ich Nikos Nickname gesehen habe. Legia. Ich konnte keinen zuordnen, ich habe ihn nicht gekannt. Bei dir wusste ich es von IAL, glaube ich. Und Chris J. war auch als größter Onliner bekannt. Er läuft einfach in dieses Event rein. Also es war mitten im Sommer in Bilbao. Es war richtig heiß gewesen. War es auch auf dem Event? Ja, mit ESC. Er läuft wieder letztes Tifflord da rein. Und alle gucken so, er, also, ich, anscheinend schwitzt er nicht. Aber er hat auch wenig Haarwuchs, deswegen ist es okay. Es war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Hat man ein paar Leute mal kennengelernt. Und das war ein sehr schwieriges Event gewesen, weil da viel schief gelaufen ist. Ich glaube, hinter mir, also auch hinter Chris J., steht, glaube ich, Finn. Ja, das kann sein. Das ist so sein Hosenstil. Bei Fanatik, ne? Damals, ja.